Da ist nämlich ein Geocache drinnen. Jetzt muss ich Pudeln. Ja, jetzt musst du Basel suchen. Aber da ist ein kleines Heiserl. Ja, aber das ist, ich sag das jetzt mal nicht, das ist ein Geocache. Ach so, da ist aber ein Blatt Papier. Ja, das ist es nicht. Okay. Wir haben ein Problem. Du hast dort die Sackern, du weißt ja bis jetzt, wie die Sackern ausgeschaut haben. Der Dreh ist gleich da. Du hast aber die Taschen mit, oder? Ja. Ja? Ja, da ist eine zweite drinnen. Also es fängt jetzt zu drinnen. Vielleicht einmal schon... Ja, ich schau schon. Ja, das ist mal so... Wird aber keiner klar dort haben, oder? Ja, klar dort. Da ist der letzte Schriebsgebiet. Ach so! Hast du es ja da oben? Ja. Siehst du es? Hä? Siehst du es? Nein. Siehst du es da? Nein. Ja, das wäre mal die richtige Blickrichtung, wenn es noch da ist. Oben. 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 Oben.